23 minuten sogar noch interessant das war echt Müll gewesen, das war echt Schrott wir sind jetzt bei 12.57 Uhr, in zwei Stunden muss ich los, ich hätte ganz gerne noch Lust auf wir machen noch eine kurze Mission machen wir noch naja schade die haben wir schon gemacht ist ja bedauerlich mittel ist mir zu lang ehrlich gesagt ich habe überall schon die Leichtmission mit dem nur primär gemacht aber Pets ist eigentlich nur primär, aber gucken wir immer nachdem wie schnell die geht schauen wir mal ob wir danach machen wie was soll denn was denn was los Pets ist was Korb erst auf Stufe 20 am Arsch, hoch, echt, ja sorry dass ich früher kommen kann, hab noch gepennt bis jetzt, macht nichts für die man muss ja heute abend lange wach bleiben lang lang müssen wir wach bleiben sweet nice meiner der 050 mag ist stärker als die 50 aber auch nur wenn der Phoenix saß, ist es richtig deswegen ist es eine aktive Fähigkeit, aktive Fähigkeiten sind in der Regel immer stärker als ihr Gegenstück ich muss jetzt los, tschüss, hau rin, Finn hau rin, Finn häh... hmmm... ali... hmhm... ach, guck mal... express vpn-Server funktionieren... das über Steam runter zu laden... Ah, ich will das haben. Was kostet Express, kostet Geld. Monatlich kostet Express VPN 12,95 Dollar. Ist ja voll eklig. Aber ich möchte Dragonica spielen. Ah. Hm. Mal schauen. Ob wir das irgendwann mal machen. Hi Enrico. Ich wurde gekickt. Norman, du wirst gekickt? Achso. Du wirst gekickt. Ich habe noch nicht gepennt. Bruder, muss los. Ich mache die Nacht durch. Ja, ich auch. Also bis zu ein paar Uhr. 2, 3, 4 Uhr. 2 Uhr denke ich. 3 Uhr. Da werde ich sicherlich schlafen gehen. Hi Konstanz. Mir geht es sehr gut um dir. Es ist wieder Zeit für einen schlechten Witz. Ich weiß nicht. Was sagt denn die Uhr? Magst du Quincy? Könnte den mehr. Gwende den, glaube ich. Reicht dann nicht ein Monat vor dem VB. Mal das unterzuladen. Oder haben die sich in dem auch nochmal gesehen? Immer. Du kannst es nicht über Dings spielen. Du musst es dauerhaft über VPN machen. Download reicht nicht. Bei der Schaffung ist eine komplette Malmatschildkröte. Hm. War drin und dann Insta gekickt. Das ist ja schade. Kennst du dein Tendon? Kenne ich ja. Und was sagt die zu Weihnachten? Es ist erst wieder in 358 Tagen. Das kann ich dazu sagen. Ich bin 14 wie die meisten in meinem Alter. Was? Du bist 14 wie die meisten in deinem Alter. Kann man 14? Also Zeit, dass ich wieder arbeiten gehe. Zu lange vorm Rechner hängen ist auch ungeil. Ab 6 Uhr gehe ich arbeiten. Kennst du dummer Bockblinde? Nee, kenn ich nicht. Hi, Stefanie. Falsch. Schaltjahr. Es sind 359 Tage. Oh mein Gott. Es heißt übrigens Schaltjahr. Nichts Schaltjahr. Na ja. Kennst du ihn persönlich? Nee, kenn ich nicht. Wir haben eine Anfrage zu Weihnachten. Wie meinst du das Peggy? Was ist weiß und rollt nach oben eine Levine mit Heimweh? Jetzt mit einem Stream ist das Jahr perfekt. Sehr schönes Video. Das nächste Jahr 10 wird auch perfekt anfangen mit einem Stream von mir. Schaltjahr, du Fledermaus. Bin Ninja 502 zu stark, ich auch. Brennholzverleih. Was? Was schreibt ihr eigentlich da alle? Ihr verwirrt mich. Achso, wir können dann nur primär besetzen. Ich wollte sagen, ich baue ein U-Boot, aber hey. Funktioniert gar nicht. Wie kriegen wir denn den Warpdown? Ich glaube, der kommt von links, oder? Der kommt von rechts. Ich weiß es nicht. Vorbildlich. Achtung, Witz A, ich möchte diesen Angel kaufen. B, kein Problem. Das macht 2 Euro. A und wo ist der Haken? B, es gibt keinen. Hm. Es gibt keinen Haken für diese Angel. Schlecht. Wirkzeug 204 muss, oder? Nee, muss nicht, wie ich gerade schon sagte. Da macht einer ein Wurffeil-Affe-Dreieck. Wo macht er? Versucht er einen Triforz zu bilden? Treffen sich zwei Parallelen. Was? Brenner, das kann man nicht verleihen. Warum nicht? Kannst du das nur zur Hälfte verbrennen und dann wieder zurückgeben. Der Moor kommt von links. Siehst du, da muss sich Seite links drum kümmern. Ich mach die normalen Blutens kaputt. Wo der Haken ist? Ah, da ist er, der Haken. Der blaue. Heavy Checkmark. Das müssen wir nachzuschenken aller Zeiten. Eine kaputte Tonne. Unschlagbar. Was? Ah, das verwirrt mich. Ihr wisst aber schon, dass wir zukünftig nicht mehr so viel BT6 streamen können. Ich hab jetzt in den letzten zwei Wochen, glaube ich. Seit... Machen wir mal seit... Seit... Ja, oder im Dezember 12.12. bis heute. Wir haben mindestens... 23 Stunden BT6 gestreamt. Das muss ich alles auch nochmal hochladen. Und irgendwann muss ich auch mal wieder aktuell sein. Deswegen wird es wahrscheinlich... Maximal, echt maximal... Ein einziger BT6 Stream noch die Woche geben, wenn überhaupt. Und sonst eher lieber angespielt Streams, glaube ich. Ich glaube, sonst sind wir... Äh... Bei den Folgen Ende 2020, die wir hochladen. Wir haben das Spiel durchgespielt. Ich bin aus der Bücherei rausgeflogen. Ich habe das Buch mit Frauenrechten in die Fantasyabteilung gestellt. Übster fies. Und wer ist hier da, musste man Eltern helfen, wir kommen zurück. Beim Verleih geht es darum, dass man alles zurückgibt. Na, mit Zinsen halt. Da muss halt ein ähnliches, einen ähnlichen Gegenstand wieder zurückgeben. Hast du jemals in deinem Leben ein komisches, blutiges Schreien im Wald gehört? Wenn ja, ist das ein blutiges Schreien? Wie kannst du denn wissen, ob Schreien blutig ist? Was ist der Plural von Bierkasten? Ah, wir haben gewonnen. Easy. Komm, wir machen heute die 30 voll. Was macht man, wenn man eine Schlange sieht, sich anstellen? Der beste Witz, Berliner Flughafen. Was macht ein Creep auf dem Garten? Er sprengt den Rasen. Chuck Norris musst du vor das Gericht. Der Richter ist nicht der gekommen. Nee. Ach, Leute. Herrlich. Herrlich, herrlich. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, es war ein schönes, gelungenes Jahrzehnt gewesen. Ich habe in diesem Jahrzehnt auch angefangen, meinen YouTube-Kanal zu erstellen, übrigens. Vielleicht hätten wir darüber vielleicht noch einen Stream machen sollen, statt BTE6. Vielleicht hätten wir einfach über das Jahr schwadronieren sollen, über das Jahrzehnt. Vielleicht machen wir es in einem neuen Stream. Über das komplette Jahrzehnt zu schwadronieren. Ich habe am September 15, 2011, meinen Kanal gegründet. Ich glaube, das ist tatsächlich Stopp für einen weiteren Stream. Es war ein schönes Jahr mit euch zusammen. Bei muss gehen. Hau rein, Enderman. Es war ein schönes Jahr. Ich wünsche euch heute einen schönen Rutsch ins neue Jahrzehnt. Passt auf euch auf, trinkt nicht so viel, ballert nicht mit ausländischen Knallern rum. Ja, ob es morgen streamt, weiß ich nicht. Wie gesagt, kommt noch mit dem Discord aus. Wird sich ein Discord an. Ansonsten in der Stream-Beschreibung findet ihr natürlich immer den Discord-Link. Immer. Kommt gerne drauf. Ich halte euch auf dem Neuesten, was die Streams angeht. War ein cooler Stream. Zwei Stunden, sechs Minuten aber gestreamt. Ich werde jetzt noch ein bisschen was aufnehmen. 23 Geschenke habe ich von halbe Welt bekommen. Die muss ich alle noch einlösen. Und entsprechend noch alle spielen. Ich werde, denke ich mal, mit diesem Boots-Game anfangen. Der Nachfolger von 10 Millionen. Lädst du uns Stream hoch? Er wird als einzelne Parts hochgeladen. Ihr seht den Stream nicht als kompletten Part. Ihr seht ihn dann halt in zwei, drei Monaten sicherlich. Die einzelnen Missionen. Okay. Das war's gewesen für dieses Jahrzehnt. Ich freue mich, mit euch zusammen gewesen zu sein. Wir sind beim nächsten Mal wieder im nächsten Jahrzehnt. Und in 24 Stunden eventuell. Übertreibt's nicht. Feuert schön. Genießt das Jahresende. Und kommt gut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.